Ich überlege, ob ich hier noch einen Sauerstoffgenerator hinpacken soll. Oh, für einen kurzen Moment dachte ich, das wäre ein Asteroid gewesen, der hier runterkommt. Da rutscht mir schon wieder alles in die Hose. Ach ja, der muss ja angeschlossen werden, damit ich sehen kann, wo es weitergeht. Waffenkammer ist weg. Schlafgemach 1. Und Schlafgemach 2. Ich halte hier ganz gerne hin. Ach nö, das finde ich doof. Dann lassen wir es mal bleiben. Hm, haben wir noch keine Genzwiebeln. So, 5 Euro, das ist schon wieder ganz teurer. Haben wir Luxusüberschuss nicht, ne? Dann lass ich das hoch. Danke, dass du da warst. Warte ich lieber auf einen, der etwas bessere Konditionen bietet. Großes Lager. So, du gehst da hin, du gehst da hin und da klemmen wir nichts ran. Weil mir das sonst die Konsolen wieder weghauen würde. So, wie es hier getan hat. Da, ich glaube, wir hatten noch eine dritte Funkkosole, ne? Passt nicht. Tja. Muss das so gehen. Sandsturm entdeckt. Abdeckung ist gerade 94%. Oh, hier steht auch großes Teleskop. Bauen wir dich gleich mal wieder ab. Und ein großes dafür hin. Hallo. So. Was hat das Energienetz? Okay. So ist es schön. Bssit, genau. So können wir noch nichts reinstopfen. Ja. Ich wollte aber noch einen Schlaf machen. Noch ein schläfriges Gemächerchen. Ich überlege gerade, was wir da noch hinsetzen. Wir haben hier noch ein Freizeitzentrum. Das da ist Hapa Hapa Lounge. Machen wir noch eine Bar. Mehr Freizeitvergnügen. Okay. Sitz hier. Mal rum. Gehst du mal da hin? Du gehst mal da hin. Du bist da auch schon voran. Okay. Handelsschiff. Fünf. Fünf. So. Also, ein ganz, ganz großes Lager, dann kommt eine Bar, hier haben wir den Sauerstoffgenerator, da haben wir Schlaf. Ich habe die leise Hoffnung, deswegen habe ich das hier ein bisschen reingesetzt, dass wir hier noch irgendwas hinpacken können, wenn es nur eine Kajüte ist. Ich versuche doch mal hier und hier weiter zu gehen. Ich möchte gerne mehr als nur einen Weg da übrig haben. Das Lager ist nicht notwendig, ich möchte es aber einfach gerne bauen. Oh, weiter geht das hier. Schnell gucken, 178, okay. Ja, ist voll. Theoretisch können wir 248 Leute aufnehmen, sind wir aber noch weit von entfernt, die versorgen zu können. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Wie viel haben wir denn jetzt? 14 Sanitäter, 18 Wachen. Ich stelle tatsächlich noch ein paar Wachen ein. Wir haben auch 110 Leute. Müsste hinhauen. Müssten wir eigentlich hinbekommen. Ja, also die Versorgung sieht noch ganz gut aus. Tut es meistens, bevor es dann bergab geht. Oh, hier, Teleskop erstmal fertig bauen. Das ist mir lieber. Dann der Meteor-Abfang-Leser. Ja, du kriegst keinen Sauerstoff, weil der Kanal noch nicht fertig ist. So, hier haben wir eine Luftschleuse, da haben wir eine Luftschleuse. Drei weitere sind gekommen. Nee, ja. So, jetzt haben wir 21 Wachen. Das reicht jetzt aber erstmal. Kolonisten aus. Und ich schalte jetzt einfach mal Besucher an. Basta. Entweder es haut hin oder es haut nicht hin. Ich denke, wir haben jetzt mehr als lang genug gewartet. Ich weiß gerade nicht, wie lange ich aufnehme, aber ich schätze mal jetzt anderthalb Stunden. Und ich wollte eigentlich zu Beginn der Aufnahme-Session schon die ersten Besucher reinholen. Das hat sich ja nun wirklich hingezogen. Hast du Aua? Nee, du bist nur traurig, ne? Ja. Was sagen denn die Bots? Wir haben zwölf Transport, drei Bau- und elf Bohr-Bots. Hm. Okay, ich habe jetzt auch keine wirklichen Indikatoren. Es sagt mir nicht genau, woran hapert es jetzt, dass es nicht exzellent ist. Und was ist genau notwendig, damit unser Ansehen steigt? Handelsschiff ist gelandet. Leider haben wir keine Genzwiebeln an Bord. Was sagt denn die 55%-Kommission? Danke, dass du da warst. Jetzt können wir uns auch den Luxus erlauben, wirklich auf die Schiffe zu warten, die wirklich gute Konditionen haben. Ich habe ihn nicht gesehen. So, was da? Du bist durstig. Halt, halt doch mal an. Was bist du? Ja! Trent Fuentes, der erste Besucher. Und er hat wirklich, wirklich Durst. Und jetzt ist er ganz traurig. Der Flug war offensichtlich anstrengend. Wenig Komfort auf den kleinen Schiffen. Hm. Lecker Gemüse. Aus hydroponischer Zucht. Ne? Das gefällt. Joach, erstmal in die miefige Kabine von irgendwelchen anderen Leuten. Das ist hier nämlich fliegender Wechsel bei uns in den Betten. So. Bist du wohl? So. Ich muss sagen, ich erinnere mich immer noch daran, wie es halt am Anfang war. Dieser Überfluss an Ressourcen, den wir haben, den finde ich schon echt heftig. Noch ein Besucher. Besucherschiff. Besucherschiff. Alle rein ins Haus. So, zwei Besucher. Müssen wir nicht drei haben? Oder ist er schon abgereist? Bist du der Scherz, Keks? Hm. Oh ja, das muss auch mal fertig werden. Windturbine. Mhm. Okay. Och, 54 Roherz. Da haben wir massiv, massiv. Sehr groß. Groß. Okay, ja, diesem Pfad hier will ich ja eh abbauen. Bohrbord, okay. Kommt mal her. Da haben wir eine Verbindung. Kann man hier nämlich alles abbauen. Die Luftschleuse wird da auch weg müssen, denke ich. Obwohl das, äh, ja, hiermit nicht hinhaut. Die Luftschleuse muss bleiben. Haha. Gut, dann können wir ja von hier aus weitergehen. 15 Münzen für Dienste ausgeholt. Okay. Also dafür, dass sie sich irgendwo an der Bar bedient haben oder so. Und dafür zahlen sie dann 15 Credits. Hm. Will ich mich nicht drüber beschweren? Da ist er. Aber schön wäre es jetzt auch, wenn wir hier ein paar Gebäude hätten, die extra für Besucher halt sind. Ne? Dass man zum Beispiel so ein Schlafkabinen-Dings für uns hier bauen kann. So eine Art Hotelkabine. Wo die anderen unterbringen können. Äh, wo man die unterbringen kann. Bringt ein bisschen mehr Profit. Bringt ein bisschen mehr Ansehen zum Beispiel. Aber verbraucht auch mehr Ressourcen. Also mehr Sauerstoff, mehr Wasser und so weiter. Das wäre doch ein nettes Feature. Und dass man diese Basis vom anfänglichen, oh, wir müssen hier mal zusehen, dass wir ein bisschen überleben, hinbringt zu einer richtigen Touristenattraktion. Wenn man die Besucher schon einbaut. Das wäre ja auch mal, ne? Also Tete mir gefallen. So, boah. Bier für die Boah. Tisch für die Boah. Doch, da passt er. Wässriger Spender, weil in der Bar wollen die alle unbedingt Wasser trinken. Oh, lassen wir das mal nicht besuchen. Hier ist noch etwas gelandet. Also Besucherschiff, Handelsschiff. Immer noch keine Genzwiblen. Oh, Bär. Oh, Bär. Wir sehen, dass unsere Ersatzteile gerade mal wieder ein bisschen auslaufen. So, hier ist die noch dazu. Kaufen wir die Ersatzteile ab. Ist ja auch nett. Nee, nicht schon wieder Schlafsaal. Oh, keiner drin gewesen, ne? Uh. Das ist Glück. Fangt doch mal die Meteore ab. Wozu hab ich euch denn? Oh, da fliegt der Nächste runter. Hm. Ja, ich würde wirklich gern wissen. Kommen die Meteorlaser nicht hinterher? Oder ist das jetzt die Abdeckung? Oder? Ein großes Teleskop würde da glaube ich nicht hinpassen. In der Stelle. Na, lass ich mal. Hm. Was auch spendier gebaut. Ich baue aber noch ein großes Teleskop. Gut. Ich würde mich freuen, ein großes Teleskop zu bauen. Ich tue es aber schlussendlich dann doch nicht. Weil es in nirgends hin passt. Halt. Mittendrin. So, dass ja hier geschehen. Ach, hier ist ja die Luftschleuse. Ich dachte, so mittendrin in der Basis wären jetzt Eindringlinge aufgetaucht. Oh, jetzt drehe ich mich wieder rum. Da interessiert mich ja auch mal... Ich habe hier den Kartenrand. Na, hier. Aber ich kann ja theoretisch da noch hinbauen. Ob das wohl funktioniert. Sieht nicht so aus. Aus. Ja, die darf doch nicht stehen. Ähm. Also, ich schätze, ich würde normalerweise hier eine Verbindung kriegen. Oh. Ein bisschen rumschütteln. Ne. Nehme ich diesen Part auch für Energieversorgung. Es kommt jetzt noch ein bisschen Wasser hinzu. Das ging doch gerade. Gut, dann geht es jetzt halt nicht mehr. Hm. Ja, da weiß ich auch noch nicht, wie wir hier durchkommen. Ich hoffe, dass es irgendwie geht. Aber sieht nicht gut aus. Ja, ich will immer so... Hier musst du noch durch. Da hinten musst du noch... Wir haben noch immer Platz. Wir können hier noch Gebäude bauen. Ich kann auch die Zeit mal wieder beschleunigen. Nach da können wir uns noch frei entfalten. Ist eigentlich nicht notwendig, dass ich versuche, mich da hinten durchzuwurschteln. Aber trotzdem, wäre ja schön, wenn es ginge, ne? Okay, da passt nichts. So, Schlafkabinen wollte ich noch setzen. 22% Sauerstoff. Exzellent. Wie auch schön, wenn man so längere Gänge machen könnte. Wie, so dicht muss ich ran? Das sieht ja fies aus. Ist das getarnt? Also Tarnfarbe drauf? Nicht, dass wir gleich einen Haufen Soldaten, also feindliche Soldaten, eine Basis haben. Wir waren mal in 31, okay. Ja, da kann man auch Stärke dazu.